Ein merkwürdiger Prozess um Freiheitsentziehung am Wiener Landesgericht. Ein Jungmediziner ist angeklagt. Was ihm zur Last gelegt wird, ist kaum zu glauben. Nach einem Streit mit seinem Vater samt Schlägerei und Körperverletzung sperrte er ihn für sechs Stunden in den Heizungskeller, verbarrikadierte die Tür mit einer Bratpfanne und einer Waschmaschine. Die Mutter zu dieser Zeit in London verständigte nach einem Anruf des Sohnes die Polizei. Die Freiheitsentziehung flog auf, es kam zur Festnahme. Verteidigerin Astrid Wagner beschönigt nichts. Mein Mandant übernimmt die volle Verantwortung für diese unschöne Geschichte. Doch die Familie hat sich nach dem innerfamilären Konflikt versöhnt. Auch die Eltern wünschen sich sehnlich, dass das aus der Welt geschaffen wird. Wagner plädiert auf eine diversionelle Erledigung. Die Eltern im Gerichtssaal nicken zustimmend. Wie konnte es dazu kommen, möchte der Richter vom Angeklagten wissen. Es habe einen Streit gegeben über die Steuererklärung. Der Vater habe ihm mehrfach Hilfe angeboten, als die Frist abzulaufen drohte. Ihm aber nicht wie versprochen die Nummer der Steuerberaterin gegeben. Es artete aus. Mein Vater ist drei- bis viermal auf mich losgegangen. Beim fünften Mal hat er mich auch geschlagen. Dann habe ich zurückgeschlagen, so der junge Arzt. Die Entscheidung, ihn in den Keller zu sperren, beruhe auf einer Geschichte von vor 17 Jahren. Damals ließen die Eltern ihren jugendlichen Sohn von der Polizei nach einem Streit zuerst ins Otto-Wagner-Spital, dann auf die Kinderpsychiatrie am Rosenhügel bringen. Der junge Arzt wollte nicht nochmals auf den Rosenhügel kommen. Laut Gutachten gab es zum Tatzeitpunkt zwar eine Anpassungsstörung, es liege aber keine Abnormität höheren Grades vor. Weshalb der Richter in Bedacht auf den bisher ordentlichen Lebenswandel eine Geldbuße in der Höhe von 7.000 Euro ausspricht. Der Jungmediziner nahm das Urteil an und bleibt unbescholten.